Künftige Generationen werden die Zeit, in der wir heute leben, möglicherweise als Schnittstelle eines epochalen Bewusstseinswandels ansehen. Hoffentlich, könnte man sagen. Denn wenn dieser Bewusstseinswandel nicht erfolgt oder zu spät, dann könnte es sein, dass es diese künftigen Generationen gar nicht mehr gibt. Es steht also viel auf dem Spiel zurzeit. In den faktischen Auswirkungen geht es um das Überleben der Menschheit und des ganzen Planeten. Im ideellen Kern kommt es auf eben diesen Wandel in unserem Bewusstsein an, der die Apokalypse noch verhindern könnte. Und zwar durch die Korrektur einer Geisteshaltung, mit der vor ca. 400 Jahren die Neuzeit begann. Damals, Anfang des 17. Jahrhunderts, erklärte der französische Philosoph René Descartes den Menschen zum Beherrscher und Eigentümer der Natur, und machte das Wohlergehen des Menschen zum höchsten Zweck aller wissenschaftlichen Bemühungen. Zugleich hob Descartes alle religiösen oder ethischen Einschränkungen im Gebrauch oder Verbrauch der Natur durch den Menschen auf, indem er nur dem Menschen Phänomene und Werte wie Bewusstsein, Freiheit und Gefühle zuerkannte und dadurch alles nichtmenschliche Leben auf der Erde, also auch Tiere, zur bloßen Sache degradierte. Auf diese Weise machte Descartes' Philosophie den Weg frei zu einem ungebremsten Höhenflug der Naturwissenschaften, die nun ohne Rücksichtnahme forschen und experimentieren konnten. Dies wiederum war der Startschuss zu einer rasanten technologischen Entwicklung und letztlich zu einer immer intensiveren und effektiveren Nutzbarmachung der Natur für menschliche Zwecke, also das, was wir gemeinhin als Fortschritt bezeichnen. Die Früchte dieses Fortschritts sind durchaus angenehm und wir alle genießen sie. Auto und Eisenbahn, Telefon und Computer, schmerzlindernde Medikamente. Wer möchte oder könnte darauf noch verzichten? Während allerdings die Generationen vor uns sich unbekümmert auf immer weitere Segnungen der Technologie freuten, fühlen wir uns, zumindest manchmal, schon eher wie Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird. Wir wissen heute um die unüberschaubaren und möglicherweise verheerenden Risiken eines ungebremsten Fortschritts. Von nuklearen Katastrophen über die genetische Manipulation unserer Lebensgrundlagen bis zum hausgemachten Klimawandel. Jedes dieser Phänomene besitzt hinreichend Vernichtungspotenzial, um das gesamte Leben auf der Erde zu zerstören. Wir wissen zudem, dass die effektive Nutzbarmachung der Natur inzwischen zur rücksichtslosen Ausbeutung der Natur mutiert ist und dass die natürlichen Ressourcen nicht so unerschöpflich sind, wie man dies zur Zeit Descartes noch annahm. Und allmählich wird uns auch bewusst, dass die Natur wohl doch mehr ist als ein bloßes Rohstofflager zur Befriedigung immer steigender menschlicher Begierden. So entstand in den letzten Jahrzehnten das sogenannte ökologische Denken oder Umweltbewusstsein, das den Fortschritt nicht abschaffen, aber doch zügeln möchte. Das Rad, das zu Beginn der Neuzeit in Schwung gesetzt wurde, soll nicht zurückgedreht, aber verlangsamt werden und vielleicht auch in der Richtung geändert. Der Bewusstseinswandel hat also bereits begonnen. Und wie seinerzeit das Denken der Neuzeit, so wurde auch das ökologische Bewusstsein maßgeblich durch einen Philosophen inspiriert. Nämlich den deutsch-amerikanischen Denker Hans Jonas. Wie der Name Descartes für die philosophische Grundlegung eines schrankenlosen technologischen Fortschrittsdenkens steht, so steht der Name Jonas für die theoretische Fundierung eines auf Nachhaltigkeit bedachten Umweltbewusstseins und eines respektvollen und sorgsamen Umgangs mit der Natur. Hans Jonas war in Denken und Leben ein Kind des 20. Jahrhunderts. Sein Denken war geprägt von den akuten ökologischen Herausforderungen der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Sein Leben mehr von den politischen Ereignissen der ersten Hälfte. Hans Jonas wurde am 10. Mai 1903 als Kind einer jüdischen Familie in Mönchengladbach geboren. Er studierte Philosophie und Theologie in Berlin, Freiburg und zuletzt in Marburg, wo Hannah Arendt seine Kommilitonin war. Zu seinen philosophischen Lehrern zählten Edmund Husserl und vor allem Martin Heidegger, bei dem Jonas 1928 auch promovierte. Die Machtergreifung Hitlers unterbrach seine philosophische Karriere, noch bevor sie richtig begonnen hatte. Jonas emigrierte, zunächst nach London und dann weiter nach Palästina. Seine Eltern blieben in Deutschland. Der Vater starb 1938 in Mönchengladbach. Die Mutter wurde nach Auschwitz deportiert und starb dort. Schon bald nach der Ankunft in Palästina wurde er Soldat. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte er in einer jüdischen Brigade der englischen Armee. Auch an den Kämpfen des jungen Staates Israel gegen die Araber in den Jahren 1948 und 1949 nahm Jonas als Artillerieoffizier teil. Danach übersiedelten er und seine Frau Eleonore nach Nordamerika, wo Jonas für die zweite Hälfte seines Lebens eine neue Heimat fand. Bei der Ankunft in Amerika war er 46 Jahre alt. Von 1955 bis 1976, also 21 Jahre lang, lehrte Hans Jonas in New York an der New School for Social Research, einer Schule, die zahlreiche aus Europa emigrierte Wissenschaftler aller Fakultäten beherbergte. Jonas hatte dort die Möglichkeit zu einem intensiven Gedankenaustausch mit den Naturwissenschaften, der seine spätere Philosophie prägte und ihr die ökologische Richtung gab. Während dieser Zeit erwarb er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1976 ließ sich Jonas emeritieren. 73 Jahre war er damals alt, ein angesehener Religionsforscher, der sich guten Gewissens hätte zur Ruhe setzen können. Stattdessen begann erst jetzt seine eigentliche Aufgabe und auch seine eigentliche Karriere. Hans Jonas machte nämlich die schöne Erfahrung, dass der Zeitgeist auf die Richtung des eigenen Denkens einschwenkte. Schon seit den 50er Jahren hatte er sich kritisch mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigt, damals noch weitgehend unbeachtet. Dann aber veröffentlichte der Club of Rome im Jahr 1972 eine Studie mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums«, die eindringlich vor den ökologischen Risiken der technischen und industriellen Entwicklung unserer Zivilisation warnte. Die Veröffentlichung dieser Studie war so etwas wie die Geburtsstunde des Umweltbewusstseins. Durch die Zahlen und Fakten des Club of Rome fand Hans Jonas seine eigenen Überlegungen und Befürchtungen empirisch bestätigt. Er sah sich dadurch aber nun auch seinerseits in die Pflicht genommen, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen galt es, diese Fakten theoretisch zu untermauern, um das neu entstandene Umweltbewusstsein dadurch in einer tieferen Dimension zu verankern. Zum zweiten wollte Jonas ethische Richtlinien für einen vernünftigen und verantwortungsbewussten Umgang mit diesen ökologischen Risiken des Fortschritts entwickeln. So schrieb er mit 73 Jahren innerhalb kurzer Zeit sein Hauptwerk »Das Prinzip Verantwortung – Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation«. Das Buch erschien 1979 und schließt schnell auf große Resonanz. In den 80er und 90er Jahren wurde Hans Jonas mit Ehrungen geradezu überschüttet. Unter anderem erhielt er die Doktorwürde mehrerer Universitäten, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Nach seinem Tod im Jahr 1993 errichtete ihm seine Heimatstadt Mönchengladbach sogar ein Denkmal. Hans Jonas ist damit der erste und bisher einzige Philosoph des 20. Jahrhunderts, dem eine solche Ehre zuteil wurde. Die Philosophie der Verantwortung, wie Hans Jonas sie entwickelte, hat zwei wesentliche Bausteine. Zum einen die philosophische Biologie, in der die theoretischen Grundlagen erarbeitet werden, und zum anderen die eigentliche Verantwortungsethik, die auf dieser Basis ein moralisches Grundgesetz und handlungsleitende Prinzipien formuliert. Ausgangspunkt der jonasischen Überlegungen ist die Evolutionstheorie, also die inzwischen weithin akzeptierte Auffassung, dass die Lebewesen, die wir heute auf der Erde vorfinden, sich aus einfachsten Anfängen kontinuierlich höher entwickelt haben, bis hin zum Menschen. Daraus folgt, dass der Mensch kein ganz besonderes, einzigartiges Lebewesen sein kann, das etwa alleine über bestimmte Merkmale oder Fähigkeiten verfügt, sondern er ist Teil dieser kontinuierlichen, schrittweisen Weiter- und Höherentwicklung. Zwischen ihm und anderen Lebewesen, also Tieren und Pflanzen, bestehen somit keine prinzipiellen, sondern nur graduelle Unterschiede. Soweit liegen die Evolutionsbiologie der Naturwissenschaftler und die philosophische Biologie von Hans Jonas auf einer Linie. Die jeweiligen Schlussfolgerungen sind aber genau entgegengesetzt. Die Naturwissenschaftler nämlich ziehen den Schluss, dass der Mensch nichts anderes ist als ein hochentwickeltes Tier. Jonas hingegen schlussfolgert, dass das Tier nichts anderes ist als ein noch nicht vollentwickelter Mensch. Dies ist mehr als ein bloßes Spiel mit Worten und Perspektiven. Denn die naturwissenschaftliche Interpretation zieht den Menschen hinab auf die Stufe der Tiere und spricht ihm in der logischen Konsequenz Merkmale wie Freiheit und Würde ab, wie auch den Tieren. Jonas hingegen zieht das Tier auf die Stufe des Menschen hinauf und spricht ihm folgerichtig, wie auch dem Menschen, Freiheit und Würde zu. Die Analogie, die Jonas somit zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen herstellt, ist durch den evolutionären Entwicklungszusammenhang aller Lebewesen gerechtfertigt. Denn daraus folgt, dass der Mensch Phänomene und Werte, die er bei sich selbst feststellt oder sich selbst zuerkennt, auch allen anderen Lebewesen nicht absprechen kann, also Tieren und sogar auch Pflanzen. Dies betrifft neben Freiheit und Würde auch zum Beispiel Merkmale wie Bewusstsein und Gefühle. Zwar ist all dies bei nichtmenschlichen Lebewesen noch nicht so weit entwickelt wie bei Menschen, es muss aber prinzipiell auch bei ihnen vorausgesetzt werden. Die Analogie ist also kühn, aber durchaus schlüssig, wenn man die Evolutionstheorie ernst nimmt. Jonas findet sie überdies durch Beobachtungen in der Natur bestätigt. So nehmen Pflanzen zum Beispiel manche Stoffe auf und stoßen andere ab. Schon hier ist also, wenn auch auf einer noch niedrigen Entwicklungsstufe, eine Fähigkeit zum Wählen und damit einen Ansatz von Freiheit festzustellen. Auf der Entwicklungsstufe der Tiere kommen dann Bewegungsfähigkeit, Wahrnehmung und Gefühl hinzu und beim Menschen die Fähigkeit, sich von seinen physischen Bedürfnissen zu distanzieren und entsprechend frei zu handeln. Die wichtigste Gemeinsamkeit aller Lebewesen sieht Jonas in der Bejahung des eigenen Wertes, die sich in der Sorge um die eigene Existenz zeigt. Alles Leben in der Natur trachtet danach, sich selbst zu erhalten. Pflanzen recken sich nach der Sonne, Tiere legen Vorräte für den Winter an, der Mensch versucht, Geld zu verdienen. In dieser existenziellen Sorge allen Lebens ums Überleben erkennt Jonas eine Selbstbejahung des Seins, die für ihn den Grundwert aller Werte darstellt. Sein ist mehr wert als Nichtsein. Daraus wiederum lässt sich ableiten, dass nicht nur das Sein des Menschen Eigenwert und Würde besitzt, sondern die gesamte existierende Natur. Diese Zuerkennung von Wert und Würde für alles Leben in der Natur, nicht nur das Menschliche, ist die theoretische Grundlage der jonasschen Verantwortungsethik. Aus dem Eigenwert und der Würde der Natur erwächst ein moralischer Anspruch auf Unversehrtheit, wie ihn der Mensch auch für sich selbst und sein Leben reklamiert. Dies bedeutet nicht, dass wir nun alle Vegetarier werden müssten, beziehungsweise überhaupt nichts mehr essen dürften, um diesem Anspruch von Tieren und Pflanzen auf Unversehrtheit ihrer Existenz gerecht zu werden. Der Mensch darf durchaus auf den Erhalt seiner eigenen Existenz bedacht sein, wie alle anderen Lebewesen auch. Aber er soll eine Grundhaltung entwickeln, die diese Lebewesen respektiert und damit Maßlosigkeiten in der Befriedigung der eigenen Wünsche verhindert. Gefordert ist nicht die Selbstaufopferung des Menschen, wohl aber ein respektvoller und pfleglicher Umgang mit der Natur. Dieses Gebot formuliert Jonas im Grundgesetz seiner Verantwortungsethik, dem sogenannten verantwortungsethischen Imperativ, der nicht nur dem Namen nach, sondern auch in seiner Formulierung an den kategorischen Imperativ Kants erinnert. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Der verantwortungsethische Imperativ fordert von uns ein Handeln, das auf Nachhaltigkeit bedacht ist. Wir sollen uns so verhalten, dass die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist nicht nur an die äußeren, materiellen Notwendigkeiten gedacht. Jonas verlangt mehr. Ein ganz entscheidender Bestandteil des verantwortungsethischen Imperativs ist nämlich das Wörtchen echt. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Es geht Jonas nicht nur um das physische Überleben der Gattung Mensch, sondern auch um den Fortbestand der Idee des Menschen als einer Verkörperung der Humanität, also eines von Moral, Mitgefühl und Respekt geprägten Verhaltens anderen gegenüber. Das heißt, der Respekt vor der Würde der nichtmenschlichen Natur ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere eigene Würde bewahren können, auch in Zukunft. Im Prinzip Verantwortung schreibt Jonas dazu, Dies bedeutet aber, dass wir nicht so sehr über das Recht künftiger Menschen zu wachen haben, nämlich ihr Recht auf Glück, wie über die Pflicht, nämlich ihre Pflicht zu wirklichem Menschentum. Hierüber zu wachen ist unsere Grundpflicht gegenüber der Zukunft der Menschheit, von der alle Pflichten gegen die künftigen Menschen sich erst ableiten. Aus dem verantwortungsethischen Imperativ als dem Grundgesetz der Verantwortungsethik ergeben sich für Jonas vor allem zwei konkrete leitende Prinzipien für unser Handeln. Das erste Prinzip drängt sich aufgrund der unüberschaubaren und möglicherweise nicht mehr gutzumachenden Risiken heutigen menschlichen Handelns fast von selbst auf, nämlich Vorsicht. Vorsicht bedeutet für Jonas, bei Unsicherheit bezüglich möglicher Folgen unseres Handelns immer den denkbar schlechtesten Fall anzunehmen und unser Handeln entsprechend auszurichten. Bei Abwägung von Chancen und Risiken, etwa bei der Genforschung, rät Jonas also dringend dazu, im Zweifelsfalle nichts zu unternehmen. Dabei ist er sich bewusst, dass eine solche Haltung manchen Fortschritt verzögert oder verhindert, auch solchen, der sich letztlich vielleicht dann doch als unproblematisch herausstellen würde. Aber er hält die Risiken des Fortschritts für gravierender als die Chancen. Es geht heute nicht mehr in erster Linie darum, die Lebensverhältnisse weiter zu verbessern, sondern darum, die Bedingungen zu bewahren, die ein zukünftiges, menschenwürdiges Leben überhaupt ermöglichen. Dabei plädiert Jonas bemerkenswerterweise vor allem auf den Gebieten für Vorsicht, auf denen heute der größte Zuwachs an Lebensqualität erhofft wird. Dies sind die Medizintechnologie, die Biotechnologie und das Wirtschaftswachstum. In der Warnung vor einer Fixierung auf Wirtschaftswachstum deutet sich schon das zweite zentrale Prinzip an, neben der Vorsicht, nämlich das der Selbstbeschränkung. Wir sollen unsere Ansprüche an das Leben nicht immer weiter steigern, sondern eher absenken, um auch ohne permanentes Wirtschaftswachstum und die damit einhergehende, immer stärkere Ausbeutung der Natur auszukommen. Jonas, der gelernte Religionsforscher, sieht dies auch unter einem religiösen Aspekt. Er glaubt, dass die Menschen letztlich versuchen, das Heil, das den Christen für das Jenseits in Aussicht gestellt ist, schon im Diesseits zu erreichen. Eine solche säkularisierte Eschatologie, wie Jonas es nennt, ist aber eine Vermessenheit des Menschen, die zu solchen Auswüchsen wie der Umweltzerstörung führt. Jonas denkt auch über die praktische Umsetzung der Verantwortungsethik nach. Dabei zieht er auch Maßnahmen in Erwägung, die man von einem Wissenschaftler und Philosophen so eher nicht erwarten würde. Man erkennt aber an diesen Überlegungen, wie unbefangen und unkonventionell Jonas über Lösungen nachdenkt, auch und gerade dort, wo es unbequem ist und möglicherweise als politisch nicht korrekt empfunden wird. So denkt er zum Beispiel an eine Einschränkung der wissenschaftlichen Forschung. Die Freiheit der Wissenschaft, so Jonas, ist zwar eines der großen Losungsworte der westlichen Welt, aber sie findet ihre Grenzen dort, wo ethische Fragen berührt werden, etwa Wert und Würde der Natur. Überdies ist zu befürchten, dass alle wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten, wenn sie erst einmal geschaffen sind, auch Anwendung finden. Nicht zuletzt deshalb, weil die frühere Unterscheidung zwischen reiner und angewandter Wissenschaft, also zwischen Theorie und Praxis, zusehends schwindet. Forschung, etwa bei Atomtests oder in der Genforschung, ist heute immer auch schon Anwendung, mit möglicherweise bereits unabsehbaren Folgen. In seinem Buch »Technik, Medizin und Ethik« schreibt Jonas dazu, »Die Welt selbst ist zum Laboratorium geworden. Und man findet heraus, indem man im Ernste tut, was man nach dem Herausfinden vielleicht nicht getan zu haben wünscht. Deshalb müssen wir vom Maßhalten im Gebrauch der Macht, das immer schon ratsam war, zum Maßhalten im Erwerb der Macht fortschreiten.« Noch radikaler ist ein zweiter Vorschlag von Jonas, nämlich eine zumindest zeitweilige Einschränkung der Demokratie. Dazu heißt es, »Der Philosoph muss den Mut haben zu sagen, Demokratie ist höchst wünschbar, aber kann nicht selbst die unabdingbare Bedingung dafür sein, dass ein menschliches Leben auf Erden sich lohnt. Die moralische Pflicht der Menschheit zu ihrem eigenen Dasein, so will Jonas hier sagen, ist im Konfliktfall ein höheres Gut als die Demokratie und darf nicht per Mehrheitsentscheid suspendiert werden, zugunsten anderer kurzfristiger Interessen.« Diese Überlegungen zeigen, für wie dringlich Jonas ein sofortiges Umdenken und Gegensteuern hielt. Auch seine Verantwortungsphilosophie verstand er als eilige Notmaßnahme gegen eine unmittelbar drohende Vernichtung von Menschheit und Natur durch den Menschen. Um Verzögerungen zu vermeiden, schrieb er sein Hauptwerk, das Prinzip Verantwortung, sogar auf Deutsch und damit in der Sprache, die er eigentlich mit seiner Immigration aus Deutschland abgelegt hatte und nie mehr verwenden wollte. Mit der er aber doch, wie sich jetzt zeigte, immer noch vertrauter war als mit der englischen Sprache seiner Wahlheimat Amerika. Jonas tat dies, damit seine Warnung rechtzeitig gehört werden konnte. Ob dies wirklich noch rechtzeitig war, wird von uns abhängen. Dich wie auch dem Menschen Freiheit und Würde zu. Die Analogie, die Jonas somit zwischen dem Menschen und anderen Lebewesen herstellt, ist durch den evolutionären Entwicklungszusammenhang aller Lebewesen gerechtfertigt. Denn daraus folgt, dass der Mensch Phänomene und Werte, die er bei sich selbst feststellt oder sich selbst zuerkennt, auch allen anderen Lebewesen nicht absprechen kann, also Tieren und sogar auch Pflanzen. Dies betrifft neben Freiheit und Würde auch zum Beispiel Merkmale wie Bewusstsein und Gefühle. Zwar ist all dies bei nichtmenschlichen Lebewesen noch nicht so weit entwickelt wie bei Menschen, es muss aber prinzipiell auch bei ihnen vorausgesetzt werden. Die Analogie ist also kühn, aber durchaus schlüssig, wenn man die Evolutionstheorie ernst nimmt. Jonas findet sie überdies durch Beobachtungen in der Natur bestätigt. So nehmen Pflanzen zum Beispiel manche Stoffe auf und stoßen andere ab. Schon hier ist also, wenn auch auf einer noch niedrigen Entwicklungsstufe, eine Fähigkeit zum Wählen und damit einen Ansatz von Freiheit festzustellen. Auf der Entwicklungsstufe der Tiere kommen dann Bewegungsfähigkeit, Wahrnehmung und Gefühl hinzu und beim Menschen die Fähigkeit, sich von seinen physischen Bedürfnissen zu distanzieren und entsprechend frei zu handeln. Die wichtigste Gemeinsamkeit aller Lebewesen sieht Jonas in der Bejahung des eigenen Wertes, die sich in der Sorge um die eigene Existenz zeigt. Alles Leben in der Natur trachtet danach, sich selbst zu erhalten. Pflanzen recken sich nach der Sonne, Tiere legen Vorräte für den Winter an, der Mensch versucht, Geld zu verdienen. In dieser existenziellen Sorge allen Lebens ums Überleben erkennt Jonas eine Selbstbejahung des Seins, die für ihn den Grundwert aller Werte darstellt. Sein ist mehr wert als Nichtsein. Daraus wiederum lässt sich ableiten, dass nicht nur das Sein des Menschen Eigenwert und Würde besitzt, sondern die gesamte existierende Natur. Diese Zuerkennung von Wert und Würde für alles Leben in der Natur, nicht nur das Menschliche, ist die theoretische Grundlage der jonasischen Verantwortungsethik. Aus dem Eigenwert und der Würde der Natur erwächst ein moralischer Anspruch auf Unversehrtheit, wie ihn der Mensch auch für sich selbst und sein Leben reklamiert. Dies bedeutet nicht, dass wir nun alle Vegetarier werden müssten bzw. überhaupt nichts mehr essen dürften, um diesem Anspruch von Tieren und Pflanzen auf Unversehrtheit ihrer Existenz gerecht zu werden. Der Mensch darf durchaus auf den Erhalt seiner eigenen Existenz bedacht sein, wie alle anderen Lebewesen auch. Aber er soll eine Grundhaltung entwickeln, die diese Lebewesen respektiert. Aus dem Eigenwert und der Würde der Natur erwächst ein moralischer Anspruch auf Unversehrtheit, wie ihn der Mensch auch für sich selbst und sein Leben reklamiert. Dies bedeutet nicht, dass wir nun alle Vegetarier werden müssten bzw. überhaupt nichts mehr essen dürften, um diesem Anspruch von Tieren und Pflanzen auf Unversehrtheit ihrer Existenz gerecht zu werden. Der Mensch darf durchaus auf den Erhalt seiner eigenen Existenz bedacht sein, wie alle anderen Lebewesen auch. Aber er soll eine Grundhaltung entwickeln, die diese Lebewesen respektiert und damit Maßlosigkeiten in der Befriedigung der eigenen Wünsche verhindert. Gefordert ist nicht die Selbstaufopferung des Menschen, wohl aber ein respektvoller und pfleglicher Umgang mit der Natur. Dieses Gebot formuliert Jonas im Grundgesetz seiner Verantwortungsethik, dem sogenannten verantwortungsethischen Imperativ, der nicht nur dem Namen nach, sondern auch in seiner Formulierung an den kategorischen Imperativ Kants erinnert. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Der verantwortungsethische Imperativ fordert von uns ein Handeln, das auf Nachhaltigkeit bedacht ist. Wir sollen uns so verhalten, dass die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist nicht nur an die äußeren, materiellen Notwendigkeiten gedacht. Jonas verlangt mehr. Ein ganz entscheidender Bestandteil des verantwortungsethischen Imperativs ist nämlich das Wörtchen echt. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Es geht Jonas nicht nur um das physische Überleben der Gattung Mensch, sondern auch um den Fortbestand der Idee des Menschen als einer Verkörperung der Humanität, also eines von Moral, Mitgefühl und Respekt geprägten Verhaltens anderen gegenüber. Das heißt, der Respekt vor der Würde der nichtmenschlichen Natur ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere eigene Würde bewahren können, auch in Zukunft. Im Prinzip Verantwortung schreibt Jonas dazu, Dies bedeutet aber, dass wir nicht so sehr über das Recht künftiger Menschen zu wachen haben, nämlich ihr Recht auf Glück, wie über die Pflicht, nämlich ihre Pflicht zu wirklichem Menschentum. Hierüber zu wachen ist unsere Grundpflicht gegenüber der Zukunft der Menschheit, von der alle Pflichten gegen die künftigen Menschen sich erst ableiten. Aus dem verantwortungsethischen Imperativ als dem Grundgesetz der Verantwortungsethik ergeben sich für Jonas vor allem zwei konkrete leitende Prinzipien für unser Handeln. Das erste Prinzip drängt sich aufgrund der unüberschaubaren und möglicherweise nicht mehr gut zu machenden Risiken heutigen menschlichen Handelns fast von selbst auf, Lebewesen auch. Aber er soll eine Grundhaltung entwickeln, die diese Lebewesen respektiert und damit Maßlosigkeiten in der Befriedigung der eigenen Wünsche verhindert. Gefordert ist nicht die Selbstaufopferung des Menschen, wohl aber ein respektvoller und pfleglicher Umgang mit der Natur. Dieses Gebot formuliert Jonas im Grundgesetz seiner Verantwortungsethik, dem sogenannten verantwortungsethischen Imperativ, der nicht nur dem Namen nach, sondern auch in seiner Formulierung an den kategorischen Imperativ Kants erinnert. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Der verantwortungsethische Imperativ fordert von uns ein Handeln, das auf Nachhaltigkeit bedacht ist. Wir sollen uns so verhalten, dass die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dabei ist nicht nur an die äußeren, materiellen Notwendigkeiten gedacht. Jonas verlangt mehr. Ein ganz entscheidender Bestandteil des verantwortungsethischen Imperativs ist nämlich das Wörtchen echt. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Es geht Jonas nicht nur um das physische Überleben der Gattung Mensch, sondern auch um den Fortbestand der Idee des Menschen als einer Verkörperung der Humanität, also eines von Moral, Mitgefühl und Respekt geprägten Verhaltens anderen gegenüber. Das heißt, der Respekt vor der Würde der nichtmenschlichen Natur ist die Voraussetzung dafür, dass wir unsere eigene Würde bewahren können, auch in Zukunft. Im Prinzip Verantwortung schreibt Jonas dazu, Dies bedeutet aber, dass wir nicht so sehr über das Recht künftiger Menschen zu wachen haben, nämlich ihr Recht auf Glück, wie über die Pflicht, nämlich ihre Pflicht zu wirklichem Menschentum. Hierüber zu wachen ist unsere Grundpflicht gegenüber der Zukunft der Menschheit, von der alle Pflichten gegen die künftigen Menschen sich erst ableiten. Aus dem verantwortungsethischen Imperativ als dem Grundgesetz der Verantwortungsethik ergeben sich für Jonas vor allem zwei konkrete leitende Prinzipien für unser Handeln. Das erste Prinzip drängt sich aufgrund der unüberschaubaren und möglicherweise nicht mehr gutzumachenden Risiken heutigen menschlichen Handelns fast von selbst auf, nämlich Vorsicht. Vorsicht bedeutet für Jonas, bei Unsicherheit bezüglich möglicher Folgen unseres Handelns immer den denkbar schlechtesten Fall anzunehmen und unser Handeln entsprechend auszurichten. Bei Abwägung von Chancen und Risiken, etwa bei der Genforschung, rät Jonas also dringend dazu, im Zweifelsfalle nichts zu unternehmen. Dabei ist er sich bewusst, dass eine solche Haltung manchen Fortschritt verzögert oder verhindert, auch solchen, der sich letztlich vielleicht dann doch als unproblematisch herausstellen würde. Ab oder zu spät, dann könnte es sein, dass es diese künftigen Generationen gar nicht mehr gibt. Es steht also viel auf dem Spiel zur Zeit. In den faktischen Auswirkungen geht es um das Überleben der Menschheit und des ganzen Planeten. Im ideellen Kern kommt es auf eben diesen Wandel in unserem Bewusstsein an, der die Apokalypse noch verhindern könnte, und zwar durch die Korrektur einer Geisteshaltung, mit der vor ca. 400 Jahren die Neuzeit begann. Damals, Anfang des 17. Jahrhunderts, erklärte der französische Philosoph René Descartes den Menschen zum Beherrscher und Eigentümer der Natur und machte das Wohlergehen des Menschen zum höchsten Zweck aller wissenschaftlichen Bemühungen. Zugleich hob Descartes alle religiösen oder ethischen Einschränkungen im Gebrauch oder Verbrauch der Natur durch den Menschen auf, indem er nur dem Menschen Phänomene und Werte wie Bewusstsein, Freiheit und Gefühle zuerkannte und dadurch alles nichtmenschliche Leben auf der Erde, also auch Tiere, zur bloßen Sache degradierte. Auf diese Weise machte Descartes Philosophie den Weg frei zu einem ungebremsten Höhenflug der Naturwissenschaften, die nun ohne Rücksichtnahme forschen und experimentieren konnten. Dies wiederum war der Startschuss zu einer rasanten technologischen Entwicklung und letztlich zu einer immer intensiveren und effektiveren Nutzbarmachung der Natur für menschliche Zwecke, also das, was wir gemeinhin als Fortschritt bezeichnen. Die Früchte dieses Fortschritts sind durchaus angenehm und wir alle genießen sie. Auto und Eisenbahn, Telefon und Computer, schmerzlindernde Medikamente, wer möchte oder könnte darauf noch verzichten? Während allerdings die Generationen vor uns sich unbekümmert auf immer weitere Segnungen der Technologie freuten, fühlen wir uns, zumindest manchmal, schon eher wie Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird. Wir wissen heute um die unüberschaubaren und möglicherweise verheerenden Risiken eines ungebremsten Fortschritts. Von nuklearen Katastrophen über die genetische Manipulation unserer Lebensgrundlagen bis zum hausgemachten Klimawandel. Jedes dieser Phänomene besitzt hinreichend Vernichtungspotenzial, um das gesamte Leben auf der Erde zu zerstören. Wir wissen zudem, dass die effektive Nutzbarmachung der Natur inzwischen zur rücksichtslosen Ausbeutung der Natur mutiert ist und dass die natürlichen Ressourcen nicht so unerschöpflich sind, wie man dies zur Zeit Descartes noch annahm. Und allmählich wird uns auch bewusst, dass die Natur wohl doch mehr ist als ein bloßes Rohstofflager zur Befriedigung immer steigender menschlicher Begierden. So entstand in den letzten Jahrzehnten das sogenannte ökologische Denken oder Umweltbewusstsein, das den Fortschritt nicht in Einschränkungen im Gebrauch oder Verbrauch der Natur durch den Menschen auf, indem er nur dem Menschen Phänomene und Werte wie Bewusstsein, Freiheit und Gefühle zuerkannte und dadurch alles nichtmenschliche Leben auf der Erde, also auch Tiere, zur bloßen Sache degradierte. Auf diese Weise machte Descartes Philosophie den Weg frei zu einem ungebremsten Höhenflug der Naturwissenschaften, die nun ohne Rücksichtnahme forschen und experimentieren konnten. Dies wiederum war der Startschuss zu einer rasanten technologischen Entwicklung und letztlich zu einer immer intensiveren und effektiveren Nutzbarmachung der Natur für menschliche Zwecke, also das, was wir gemeinhin als Fortschritt bezeichnen. Die Früchte dieses Fortschritts sind durchaus angenehm und wir alle genießen sie. Auto und Eisenbahn, Telefon und Computer, schmerzlindernde Medikamente. Wer möchte oder könnte darauf noch verzichten? Während allerdings die Generationen vor uns sich unbekümmert auf immer weitere Segnungen der Technologie freuten, fühlen wir uns, zumindest manchmal, schon eher wie Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr los wird. Wir wissen heute um die unüberschaubaren und möglicherweise verheerenden Risiken eines ungebremsten Fortschritts. Von nuklearen Katastrophen über die genetische Manipulation unserer Lebensgrundlagen bis zum hausgemachten Klimawandel. Jedes dieser Phänomene besitzt hinreichend Vernichtungspotenzial, um das gesamte Leben auf der Erde zu zerstören. Wir wissen zudem, dass die effektive Nutzbarmachung der Natur inzwischen zur rücksichtslosen Ausbeutung der Natur mutiert ist und dass die natürlichen Ressourcen nicht so unerschöpflich sind, wie man dies zur Zeit Descartes noch annahm. Und allmählich wird uns auch bewusst, dass die Natur wohl doch mehr ist, als ein bloßes Rohstofflager zur Befriedigung immer steigender menschlicher Begierden. So entstand in den letzten Jahrzehnten das sogenannte ökologische Denken oder Umweltbewusstsein, das den Fortschritt nicht abschaffen, aber doch zügeln möchte. Das Rad, das zu Beginn der Neuzeit in Schwung gesetzt wurde, soll nicht zurückgedreht, aber verlangsamt werden und vielleicht auch in der Richtung geändert. Der Bewusstseinswandel hat also bereits begonnen und wie seinerzeit das Denken der Neuzeit, so wurde auch das ökologische Bewusstsein maßgeblich durch einen Philosophen inspiriert, nämlich den deutsch-amerikanischen Denker Hans Jonas. Wie der Name Descartes für die philosophische Grundlegung eines schrankenlosen technologischen Fortschrittsdenkens steht, so steht der Name Jonas für die theoretische Fundierung eines auf Nachhaltigkeit bedachten Umweltbewusstseins und eines respektvollen und sorgsamen Umgangs mit der Natur. Hans Jonas war in Denken und Leben